Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fernbus Simulator, es ist Wochenende, es ist Buszeit und deswegen starten wir mit Fernbus Simulator heute und fahren, ja wo fahrt man rum, wo fahrt man rum, ja Österreich sieht man, sind wir im Livestream letztens entlang gefahren, ja also wer noch sehen will die Fahrt von Innsbruck bis nach Wien, einfach den letzten Livestream nochmal anschauen, ähm Livestream 9 müsste das glaube ich sein, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja. So und deswegen würde ich sagen, wir fahren in dieser Folge auch wieder durch Österreich, beziehungsweise wir haben hier Gras noch nicht freigeschaltet und deswegen würde ich sagen, wir starten heute in Wien, fahren bis nach Gras rüber und fahren von da dann, ähm ja wo fahren wir dann hin? Ich würde gerne Richtung Schweiz wieder so langsam fahren, sodass wir in der Folge dann bis nach Salzburg fahren, ist glaube ich ganz okay, Wien, Gras und Salzburg und dann fahren wir hier demnächst wahrscheinlich rüber nach Konstanz, aber da muss ich mal gucken, weil Konstanz ist noch nicht gesperrt, da waren wir noch nicht, würde ich aber total gerne hin. Ähm ja, wir haben auch hier in Deutschland noch ganz viele Städte, die aufgedeckt werden müssen, zum Beispiel Regensburg, Augsburg, Stuttgart und ich glaube hier oben raus haben wir auch noch irgendwo welche. Genau hier Leipzig, Halle, Dresden, Berlin waren wir auch noch nicht im Thermosimulator, Magdeburg, Wolfsburg, Braunschweig, Schwerin, ähm noch einiges zum Aufdecken hier an der Seite, sieht es recht gut aus, da ist nur Bonn noch nicht freigeschaltet und hier Leverkusen müssen wir auch noch abfahren. Wir haben noch ein bisschen was zu tun, Luxemburg müssen wir auch noch rein, da ist auch noch nichts freigeschaltet, ah ja, Saarbrücken auch nicht. Ja gut, da haben wir noch einige Städte, die wir anfahren müssen, bevor wir dann hier endlich alle Städte mal gesehen haben, ich würde aber sagen, wir speichern mal die Route, beziehungsweise, was für eine Routennummer hatte ich denn noch frei, ich gehe jetzt mal auf die 86, ich hoffe die 86 ist noch frei. Okay, und ja, dann müssten wir eigentlich soweit startklar sein, dann müssten wir eigentlich soweit startklar sein, ich will nur hier gerade mal gucken, rot bedeutet doch immer Baustelle, Baustelle auf einer Landstraße hier, das wäre natürlich auch feiner langzufahren. Hm, bin ich gerade überlegen, machen wir es oder machen wir es nicht? Wahrscheinlich werde ich es eh vergessen und hier dran vorbeifahren. Naja, ich gucke mal, wie ich gerade im geistigen Zustand bin. Ähm, gut, Wien bis Salzburg fahren wir heute, ich würde gerne aber heute mal wieder einen Bus nehmen, den ich mir als DLC gekauft hatte und zwar, ich habe irgendwie Bock auf den, der hat zwar keine Toilette, ist nicht wirklich für so weite Strecken ausgelegt, aber wir können ja einfach mal simulieren, als wäre das nur irgendein Ersatzbus quasi, den wir gerade mal gekriegt haben, weil der andere eigentlich für die Reise gedachte Bus vielleicht kaputt gegangen ist. Wer weiß? Wer weiß? So, was nehmen wir da als Lackierung? Wollen wir Flixbus-Lackierung tatsächlich nehmen? Können wir eigentlich machen, das passt zwar dann nicht ganz so zur Geschichte, aber oder bleiben wir einfach weiß. Ja komm, so können wir es eher verkaufen, dass das ein Ersatzbus nur ist, den wir gerade genommen haben. So, Startzeit, wollen wir? Na, Systemzeit passt nicht ganz so gut, glaube ich. Wir haben 11 Uhr aktuell, dann fahren wir schön in die Dunkelheit rein. Wobei, eigentlich... Ah komm, wir fahren mal Systemzeit. Wir starten mal vormittags und gucken mal, wie dunkel es dann gegen Ende ist. Wir waren noch lange nicht mehr im Dunkeln unterwegs, deswegen ist das, glaube ich, ganz okay, wenn wir so ein bisschen Sonnenuntergangsatmosphäre haben. Gut, dann würde ich sagen, ich klicke mal auf Spiel starten und dann fahren wir mal ein bisschen im Fernbus-Simulator. Durch die Gegend. So, da steht er. Sogar im Depot drin, sehr cool. Ja, wird schon wieder angezeigt. Weiß ich nicht, warum der Fehler nicht behoben wird, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall unser wunderbarer Bus für die heutige Fahrt. Der wunderschöne MAN. Irgendwie ist es heute wieder ein bisschen ruckelig. Hm. Ah, kann sein, dass ich, weil ich im Hintergrund wieder Videos hochlade diesmal. Kann sein, dass das ein bisschen zur Ruckeligkeit führt, aber ich denke mal, es... Ja, jetzt hat es sich gefangen. Man muss sich halt auch am Anfang von Spielen immer erstmal umgucken, dass, ähm, das alles richtig läuft. So, für alle, die den Bus noch nicht kennen, ein DLC-Bus. Ähm, so sieht er von innen aus. Wunderhübsch, würde ich sagen. Hat halt keine Toilette. Nicht wirklich für weite Reisen ausgestattet. Aber ich bin ein großer MAN-Fan. Und dieser Lions Intercity finde ich auch richtig cool. Deswegen fahren wir einfach mal mit dem. Ist jetzt, wie gesagt, in dieser Folge ein simulierter Ersatzbus. Der normale Reisebus, den wir normalen gehabt hätten, der ist in der Werkstatt. So. Machen wir gerade mal alles zu. Ich hoffe, mein Lenkrad funktioniert. Jawohl, habe ich nämlich jetzt vorher wieder nicht getestet. Aber es sieht gut aus. Gang hochschalten, Feststellbremse lösen, kriegen wir hin. Ähm, wo waren hier die ganzen Tasten? Da sind Tasten. Fahrgastlicht brauchen wir nicht so wirklich. Klimaanlage ist an. Perfekt. Ähm, wo konnte ich hier bei dem die Temperatur einstellen? Für die Fahrt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls haben wir hier WLAN-Freigabe. Das ist schon mal gut. Fahrgastmonitor haben wir auch nicht in dem Ding. Leider, aber gut. Was will man machen? Was will man machen? Weiß gar nicht. Konnte ich hier überhaupt bei dem Bus die Temperatur einstellen? Wie warm wir es hier haben wollen oder nicht? Ah, genau hier. Immer neben dem Fahrer. Klimaanlage. Machen wir wieder auf 2.25. Die Fahrgäste sollen es einigermaßen bequem haben. Ich schalte mal das Licht an, weil es ist doch irgendwie ganz schön, ganz schön trüb hier gerade. Na gut. So, gerade mal mein Lenkrad wieder richtig, genau. Einmal Gas geben, einmal bremsen. Dann funktioniert es richtig. So, perfekt. 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 Wien, 13 Kilometer bis zur Starthaltestelle müssen wir. Und natürlich, wir müssen links lang, wo der Verkehr wieder so richtig doof sich staut, direkt zu Beginn. Direkt zu Beginn wieder so eine doofe Situation. Ah, da hinten steht die Polizeiköhe auf der Straße. Ich hoffe mal hier in Wien funktioniert der Verkehr besser als in manch anderen Städten. Nicht, dass wir hier jetzt auch wieder so Probleme kriegen. Dass es nicht vorwärts geht in den Städten, weil wir ja auf den höchsten KI-Einstellungen spielen. Warum bleibst du stehen? Na gut, danke. Danke, dann müsstet ihr auch so nett sein und müsstet mich fahren lassen, sonst geht es hier nicht voran. Dein Ernst? Lass mich doch einfach rausfahren. Du bleibst jetzt so stehen. Du bleibst so stehen, ernsthaft. Es geht ja schon wieder gut los mit der KI. Dein Ernst? Warum bleibst du so stehen? KI im Thermosimulator. Stellenweise dümmer wie Brot. Komm, lass mich rausfahren. Du bleibst doch jetzt nicht auch so stehen. Ach Gott. Dann bleib halt so stehen. Ist mir auch egal. Ich komme schon vorbei. KI im Thermosimulator. Manchmal richtig, richtig, richtig dämlich. Aber gut, wir kommen hier auf jeden Fall rum, ohne auf den Bürgersteig draufzufahren. Haben wir die erste Hürde geschafft. Jetzt haben wir hier natürlich an der Kreuzung wieder einen kleinen Verkehrsstau. Aber ist mir komplett wurscht, wenn die KI so... Du kannst doch da vorbeifahren. Junge, du kannst doch vorbeifahren. Oder Mädchen. Mädchen, du kannst vorbeifahren. Du warst ja das Mädchen. Die Frau. So. Komm, die Arbeit ist noch grün. Ah, ja, ja. Schon wieder die erste katastrophale Stelle erlebt. Aber gut. Wenn wir aus der Stadt raus sind, wird alles besser. Alles wird gut. Alles wird gut. Ja, das ist so einer der Kritikpunkte am Thermosimulator, dass die KI stellenweise nicht so hundertprozentig schlau ist. Die machen dem Busfahrer das Leben sehr oft sehr unnötig schwer. Und manchmal sind die Städte oder die Straßen nicht auf das maximale Verkehrsvolumen ausgelegt. Das merkt man auch sehr häufig. Also man kann mehr Verkehr einstellen, als die Städte eigentlich verkraften, wie man sie gebaut hat. Die hätte man anders bauen müssen, die Straßen anders bauen müssen. Oder nicht so viele Ampeln oder nicht so dicht Ampeln hintereinander stellen. Dann würde das alles besser laufen. Naja, so ist es halt. So, ich wollte eigentlich in dieser Folge, wollte ich eigentlich über dieses Spielzeug für Charlie nochmal reden. Ja, unser catchy, intelligenter, smarter Ball kam quasi jetzt gestern an. Nicht vorgestern, sondern gestern. Also, wenn ihr das Video seht, schon wieder einige Tage her. Wir haben heute Donnerstag, an dem ich aufnehme. Ähm, und ja, ich habe jetzt gestern und heute Morgen ein bisschen noch den Ball getestet. Und, ähm, ihr wisst ja alle, die die ganzen Videos verfolgen, Charlie ist sehr, eine sehr schwere Katze, sagen wir es mal so, was Spielen betrifft. Und, ja, sie will schon Beschäftigung haben, aber halt irgendwie nicht mit Katzenspielzeug. Ja, Haarspangen, so Klammern, sind total perfekt Lieblingsspielzeug. Braucht gar nichts anderes eigentlich, aber es ist halt nicht wirklich Katzenspielzeug. Ich meine, sie verletzt sich nicht damit, braucht auch keine Angst haben, dass da irgendwas passiert. Aber, mir wäre es halt lieber, sie würde auch mal mit einem Ball spielen oder halt mit irgendwas anderes für Katzen, ja. Einigste Sache, mit denen sie spielt, sind Angeln und Haarspangen. Mit den Angeln spielen sie aber dann so extrem, dass die keine zwei Tage überleben. Tja, deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich bin einfach mal so ein TikTok-Werbeopfer und bestelle mir mal so einen Catchy-Ball, habe ich in der Werbung auf TikTok gesehen, und, ähm, schauen wir einfach mal, wie Charlie auf den Ball reagiert. Weil, ich habe ja schon mal erzählt, sie hatte ja mal so eine Maus gehabt, die ist auch automatisch durch die Wohnung gerannt und, ähm, ja, Charlie hat eigentlich mit der ab und zu mal recht gerne gespielt. Auch nicht immer, aber manchmal hat sie so Tage gehabt, da wollte sie so einfach die Maus ein bisschen weglatschen. Ist ja okay. Leider war die Maus aber kaputt und ich habe mir gedacht, okay, die Maus war auch nicht so perfekt irgendwie. Ja, hatte harte Ohren aus hartem Plastik und lauter so ein Zeug. Und wenn da natürlich die Katze mal draufbeißt oder so dranhaut an die spitzen Ohren, dann kann die sich vielleicht wehtun im dümmsten Fall. Ähm, weswegen ich gedacht habe, okay, so ein Ball, der auch wie so eine Maus agiert, ja, sich selber quasi ins Rollen bringt, vor der Katze ein bisschen abhaut, wenn er irgendwo anstößt, rollt er die andere Richtung und so, wird ja quasi so beworben. Ähm, wäre doch mal eine schöne Idee, das einfach bei Charlie zu testen mit so einem Ball. Ja, natürlich, wie erwartet, der Ball kam an. Ich habe ihn aufgeladen, habe ihn hingelegt, habe ihn ins Rollen gebracht und Charlie hat natürlich erstmal einfach nur blöd geguckt. Und so, wie kann sie dann erstmal die Situation beurteilen? Ähm, mittlerweile hat sie keine Angst mehr vor dem Ball, aber sie spielt eigentlich nicht damit. Sie klotzt dem blöd hinterher und das war's. Ja, wie sie auch bei allen anderen Spielzeugen macht. Wir haben lauter so kleine, softe Bälle quasi da, so kleine, wo sie mit spielen kann. Wir haben Bälle, so Plastikbälle da mit so einer Glocke drin, wo sie quasi spielen könnte mit. Will sie alles nicht, mag sie nicht. Ähm, ja, und bei dem Ball ist jetzt irgendwie, ja, genauso die Situation. So wie mit den anderen Bällen, ja, der Ball ist da, der rollt und interessiert mich nicht. Ist einfach zu geil. Der ist einfach alles, total egal. Total egal. Katzen-Spielzeug, nö, mag ich nicht. Ähm, ja, ich wollte aber trotzdem so meine Meinung mal zu diesem Ball sagen, weil eigentlich so an sich finde ich die Idee richtig cool. Ja, viele Katzen haben ja diesen Jagdinstinkt irgendwie, wollen irgendwas fangen und hinterherrennen und anschnicken und dann weiter hinterherrennen. Macht Charlie halt nur mit ihren Klammern, lustigerweise. Aber nicht mit Bällen. Vielleicht kriege ich es ja irgendwann noch zu, aber jetzt jedenfalls nach dem einen Tag, keinerlei Interesse. Aber wie gesagt, ich wollte ja mal ein Urteil zu dem Ball fällen. So an sich finde ich die Idee von diesem Katzen-Spielzeug-Ball richtig, richtig gut. Ja, finde ich richtig, richtig gut, muss ich schon sagen. An der Umsetzung scheitert es aber noch extrem, würde ich stellenweise sagen. Ähm, zum einen, dieser kleine Ball ist ja quasi mit Akku. Und es hat bei der letzten Folge schon jemand in die Kommentare geschrieben gehabt, ähm, der Akku hält nicht lange. Und das kann ich nur bestätigen, so nach 10 bis 15 Minuten, wenn der Ball durch die Gegend rollt, ist der Akku schon wieder all und muss wieder ungefähr eine Stunde aufgeladen werden. Ähm, ist nicht perfekt, ist nicht gut. Ich habe ja gehofft, dass der Akku wenigstens mal 1, 2 Stündchen hält und der Ball dann halt in Standby geht, bis er wieder angestickt wird. Und dann, ähm, rollt er wieder los, weil der Ball hat auch einen Standby-Modus. Er geht nach 5 Minuten an, wenn du die 5 Minuten den Ball nicht hart beschleunigst, geht er in den Standby-Modus. Ähm, was ja gut ist, aber wenn der Akku eh nur 10 bis 15 Minuten hält, ist nach 5 Minuten schon mindestens mal ein Drittel vom Akku leer. Ähm, ist nicht perfekt. Also der Akku ist auf jeden Fall ein großer Kritikpunkt, weil du eigentlich, wenn deine Katze jetzt tatsächlich mit diesem Ball oft spielt, dann bist du ja von morgens bis abends eigentlich nur am Ballladen, bis deine Katze wieder 10 Minuten spielen kann, 15 Minuten, und dann, ähm, lädst du dir wieder eine Stunde auf. Das ist nicht so 100%ig perfekt, da müsste auf jeden Fall, finde ich, noch nachgearbeitet werden. Und, ähm, ja, so an sich hat der Ball zwei Programm-Modus, ja, einmal den normalen Modus, da leuchtet so ein grünes Lichtchen quasi, da rollt er einfach die ganze Zeit hin und her, bis er halt irgendwann Standby geht, und bei dem blauen Modus geht er halt mehr auf, wenn du den anschnickst. Dann haut er halt vor dir ab. Ähm, an sich auch coole Sachen, ja, coole Modis, aber was bringt es dir halt, wie gesagt, wenn der Ball nur 10 bis 15 Minuten Akku hat, bis du wieder eine Stunde aufladen musst? Ist nicht so das Gelbe vom Ei so an sich. So, ich würde sagen, ich, ähm, check gerade erstmal die Person ein, dann können wir noch ein bisschen weiterreden über das Teil. So, hallo, ich bin heute ihr Flixbus-Fahrer und, ähm, nicht wundern, keine Flixbus-Lackierung, der Reisebus ist leider kaputt, wir haben keine Toilette, wer jetzt nochmal brunzen muss, geht bitte einfach hier hinter die Bushaltestelle. Ähm, ja, und ich würde sagen, ich mache mal die Gepäckfächer auf, wo hatte ich die denn bei dem Bus? Genau hier, da muss ich die hintere Tür gerade mal zumachen, sonst geht das zweite Fach nicht auf. Ist ein bisschen blöd konstruiert so, aber gut. Hauptsache, wir haben zwei Gepäckfächer. So, hallo. Würde ich gerne. Richtig geraten. Alles einsteigen, bitte. Salzburg. 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 Mahlzeitgras, alles klar. Luzern. Das ist falsch. Salzburg. Düsseldorf, ja, Düsseldorf, tut mir leid. Ja, du musst auch einen anderen Bus nehmen, weil nach Düsseldorf kommen wir heute garantiert nicht. Ähm, okay. Da haben wir zwei Personen übrig. Zwei Personen sind übrig. Ich mache mal die Gepäckfächer zu, nicht, dass ich mich im Livestream vergesse. Passiert. So, alle sitzen drin, alle spielen am Handy, perfekt. Mehr will ich nicht. Alles klar. Elf Uhr sollen wir los, haben wir noch ein paar Minuten Zeit, wir machen mal einen kleinen Zeitsprung. So. Dann ist mir, ähm, um nochmal auf Spielzeug für die Katze zurückzukommen, ist mir aufgefallen, dass dieser Ball stellenweise Probleme hat zu beschleunigen. Weil da ist quasi so ein kleines Gewicht drin, das dreht sich oder bewegt sich, ich weiß nicht genau, wie der innerlich aufgebaut ist. Fühlt sich so an, als würde sich da irgendein kleines Gewicht drin drehen und den Ball dadurch in Bewegung setzen. Ähm, der fängt quasi erst langsam an zu drehen, damit der Ball überhaupt in Bewegung kommt und beschleunigt dann hoch dieses Gewicht da drin und dann rollt er natürlich schneller. Was aber so ein bisschen blöd ist, wenn der Ball sich nicht nach den ersten 1-2 langsamen Bewegung in Bewegung setzt, beschleunigt das Gewicht da innen drin so schnell hoch, dass der Ball nicht mehr anfängt zu rollen, sondern einfach nur noch an der Stelle rumhüpft quasi. Was heißt rumhüpft, aber einfach nur noch so im 10 cm Durchmesser durch die Gegend wackelt, weil zum Beschleunigen ist das Gewicht dann schon zu schnell. Das heißt, es ist dann wie so ein kleiner, kleiner vibrierender Ball, sagen wir es mal so nur noch. Ähm, wenn du natürlich jetzt eine leichte Steigung in der Wohnung hast und die ersten zwei Umdrehungen nicht gereicht haben, dann rollt der Ball oder vibriert er die andere Richtung. Ist auch nicht so ganz perfekt, es wäre besser, dieses Gewicht innen drin würde langsamer beschleunigen, weil dann würde der Ball auf jeden Fall in Drehung kommen. So will der Ball zu schnell beschleunigen und zu schnell beschleunigen heißt, das Gewicht dreht sich zu schnell, zu schnell und dann kommt der Ball nicht von der Stelle. Ja, wenn das Gewicht es aber schafft, in den ersten zwei Umdrehungen den Ball in Bewegung zu setzen, dann rollt der Ball Vollspeed davon. Das ist also auch nicht so hundertprozentig perfekt. Da hakt es auch so ein bisschen. Da hakt es auch so ein bisschen. Gerade wenn du irgendwelche kleinen Unebenheiten im Boden hast, kriegst du da schon ein bisschen Probleme. So an sich, der Ball außen hat eine Silikonschicht quasi, der hat dann schon gut Grip überall, aber wie gesagt, sobald der Boden ein bisschen uneben ist oder wie gesagt, in den ersten zwei langsamen Umdrehungen quasi der Ball nicht angefangen hat zu rollen, dann kommt der gar nicht mehr ins Rollen, weil dann gibt das Gewicht da innen zu schnell Vollgas und dann passiert nichts mehr. Dann steht er auf der Stelle. Ist also auch nicht so hundertprozentig perfekt. Ja, dafür, dass der Ball halt 25 Euro jetzt mit Versand gekostet hat oder sogar vielleicht ein paar Euro mehr. Weiß ich nicht, ob ich den empfehlen würde. Dann kommt noch hinzu halt, bei dem Ball ist halt, wie gesagt, der wird mit Akku aufgeladen, da ist ein kleines Kabelchen dabei. So, wir haben 11 Uhr zwei, wir müssen los. Und dieser USB-Anschluss ist quasi hinter so einer kleinen Silikonkappe versteckt. Was ja soweit erstmal ganz gut ist, nur, da kommt der nächste Kritikpunkt, diese Silikonkappe, die da drüber gesteckt wird, hält bei schneller Beschleunigung nicht. Nicht so wirklich. Also, wenn du den einmal mit dem Fuß ankickst, dann fliegt mit großer Wahrscheinlichkeit die Klappe aus dem Ball raus. Die hängt zwar noch an so einem kleinen Verbindungsstück dann an dem Ball dran und fliegt nicht davon, aber ich denke mir da halt so, ja, was ist, wenn man jetzt eine dumme Katze hat? Die meint, sie müsste alles anknabbern und dann hast du diese Silikonkappe da quasi abstehen. Was hält die Katze davon ab, einfach dieses Verbindungs-Silikonstückchen abzuknabbern und das Zeug runterzuschlucken? Weiß ich nicht. Also ich als Feinwerkmechaniker würde sagen, man hätte diese Kappe ein bisschen anders konstruieren müssen und, ähm, und als THD-CRM-Programmierer, ähm, hätte ich sagen, würde ich sagen, man müsste diese Kappe ein bisschen anders da konstruieren, damit die von mir aus in den USB-Anschluss noch irgendwelche Silikonteile quasi reinklipst. Damit diese Kappe, wenn man da dran tritt oder die Katze den Ball einen starken Schlag von der Seite gibt, wofür der Ball ja eigentlich gemacht ist, dass die Katze den jagen kann und dem mal eine überfeuern kann, ähm, damit die Kappe dann auf jeden Fall nicht irgendwie so dasteht, dass die Katze da drauf rumkauen kann. Ist der nächste Kritikpunkt. Müsste man irgendwie konstruktiv nochmal ein bisschen drangehen und ein bisschen ändern. Aber das ist bei Charlie kein Problem, weil Charlie ist nicht doof. Charlie knabbert nichts an, was nicht zum Essen ist. Ja, wenn ich aber jetzt an die Katzen von meiner älteren Schwester denke, ähm, die sind ein bisschen dämlich. Die sind zwar mega putzig, äh, so Manicoons sind das, oder ich weiß nicht mehr, ich glaube, so sagt man das. Manicoon, 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 glaube ich, weiß nicht. Also diese riesen Katzenbiester haben sie zwei Stück und die sind leider ein bisschen dämlich. Die fressen alles an, die knabbern alles an, die wollen einfach alles essen und, ähm, sind einfach ein bisschen dämlich, sagen wir es so. Weswegen auch Katzenangeln für die keine, keine, keine Spielmöglichkeit sind, weil Katzenangeln, die knabbern tatsächlich die Schnüre davon ab und lauter so ein Zeug und fressen des Krams. Sie sind einfach ein bisschen dumm. Können wir nicht anders sagen. Und, ähm, sagt sie aber auch selber. Also jetzt keine Beleidigung, sie sagt selber, die Katzen sind einfach mega dämlich, weil sie kann nichts stehen lassen, weil die einfach wirklich jeden kleinen Kack irgendwie fressen wollen. Wenn ich da dran denke, der Ball liegt jetzt da, die haben mit dem gespielt, haben den gejagt und haben den gefangen und die Kappe steht so blöd ab, könnte ich mir denken, ja, die knabbern da drauf rum und dann ist die Kappe halt mal weg. Wäre nicht so die perfekte Lösung. Ich lasse gerade im Hintergrund mal so ein bisschen die Ansage laufen. Aber ich glaube, die brauchen wir nicht mehr hören. Ähm, ja, wäre auf jeden Fall auch noch verbesserungswürdig. Ja, wenn man so bedenkt halt, man kriegt diesen Ball auch für 5, 6, 7 Euro oder dieses Ballsystem auch bei Amazon, irgendwelche günstigen Nachmache-Bälle. Ähm, oh, die Polizei lässt mich rausfahren. Vielen Dank. Danke. So, machen wir noch das Blinker. Dankeschön. So. Ja, dann ist es halt, ist es halt die Frage, ist der Ball dieses Geld wert? Ich persönlich würde sagen, nein. Ich persönlich würde sagen, nein. Die Idee ist richtig, richtig gut. Wenn man da noch an der Konstruktion hier und da was ändert, die Akkulaufzeit verbessert, würde ich sagen, ja. Der Ball ist es wert. Aber wenn man halt günstige Alternativen mit ähnlichen Systemen für 5, 6 Euro bei Amazon kriegt, und ich kann mir nicht vorstellen, dass die schlechter verarbeitet sind als der Ball, darin weiß ich nicht. Ich meine, der ist an sich nicht schlecht verarbeitet, aber von der Konstruktion her gibt es hier und da Schwächen. Das fällt auf. Das merkt man. Weil diese Silikonkappe zum Beispiel, die man über diesen USB-Anschluss drüber klippt, nenne ich jetzt einfach mal Klipp, die wird eigentlich von nichts so wirklich gehalten, außer von der normalen Form von diesem runden Teil. Ja, da sind nicht irgendwelche Konstruktionssachen drin, dass der drinnen bleibt quasi in diesem Fensterchen, dass es nicht rausrutscht. Es wird einfach nur durch die Reibung von dem Silikon quasi gehalten, dass es halt in dieses Fach reinpasst. Und das ist halt irgendwie nicht so perfekt. Da muss irgendein Clip rein, dass das Teil da drinnen gehalten wird. Zum Beispiel, Katrin hat gestern zweimal gegen den Ball leicht getreten und da ist jedes Mal die Kappe rausgeflogen. Also, das kann ja nicht sein. Wie gesagt, die Kappe fliegt nicht weg. Sie ist mit einem kleinen Verbindungsstück quasi mit dem Ball verbunden. Aber die Kappe steht halt dann perfekt ab, dass Katzen das einfach anknappern können. Und das ist halt nicht so perfekt. Aber die Idee finde ich richtig cool. Die Idee von dem Ball finde ich auf jeden Fall richtig cool. Muss nur hier und da verbessert werden und dann bin ich auch zufrieden. Aber für 25 Euro ist halt die Überlegung, ja. Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Beta-Tester von dem Ball. Muss ich leider sagen. Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Beta-Tester. Und was halt auch wieder ein bisschen doof ist, der Ball kostet 25 Euro und kommt direkt aus China eingeflogen. Ähm, okay. Dann fahren wir noch vorbei. Ja, da decken wir 25 Euro. Ja, komm, kriegst du irgendwas hier aus der Gegend, weil für 25 Euro so ein kleinen Ball ist schon viel Geld. Ja, dann bestellst du den, dann, ja. Jun-Express hat den uns geliefert, direkt aus China. Mit dem Flugzeug nach Niederlande, mit von Niederlande nach Darmstadt, von Darmstadt nach Offenbach, von Offenbach dann hierher. Eine Riesentour für so einen kleinen Ball. Also, hoch liebe die Umwelt, würde ich sagen. Ja, aber das weiß man natürlich beim Bestellen nicht, wo der Ball herkommt. Naja. Würde ich auch nochmal als negativ anrechnen, gerade für den Preis. Ich meine, die 5, 6 Euro Bälle, die kommen auch aus China, 100 pro von Amazon. Ja, aber da erwarte ich das für den Preis. Nicht, wenn ich für 25 Euro was bestelle, erwarte ich nicht, dass sie aus China kommen für so einen kleinen Ball. Naja. Naja. Ansonsten, wie gesagt, für Katzen, die halt gerne diesem Jagdtrieb nachgehen und auch gerne mit Bällen spielen, ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Ich würde aber empfehlen, wartet einfach noch mit dem Kauf. Ich denke mal, der Ball, da wird bestimmt noch dran gearbeitet, weil man kriegt von der Entwicklerin von diesem Ball, kriegt man ständig irgendwelche E-Mails, ja, Verbesserungskrams und man soll auch gute Werbung für den Ball machen und bewerten und schreiben, was man verbessern kann und, und, und. Ich bin aber überlegen, ob ich da auch Verbesserungssachen hinschreibe, einfach um vielleicht dann nochmal so einen kleinen Denkanstoß zu bringen und ja, weil so ist eigentlich, wie gesagt, ein bisschen, ich ärgere mich ein bisschen fürs Scale, dass ich so viel Geld dafür ausgegeben habe, wenn der Ball eigentlich, glaube ich, vergleichbar gewesen wäre mit einem 5-6-Euro-Ball von Amazon. Naja. Ich mache mal wieder eine krasse Aktion hier, einfach wieder über zwei Spuren wechseln. So. Vielleicht habt ihr ja irgendwelche Tipps für Katzen, die nicht gerne mit typischem Katzenspielzeug spielen. Wie gesagt, Charlie ist so eine Katze, die spielt mit Haarspangen, diesen Haarklammern, diesen Metallspangen. Mit denen spielt sie. Die schießt sie durch die Gegend, die trägt sie durch die Gegend. Aber wie gesagt, die trägt jetzt nicht so durch die Gegend, dass sie da hart draufbeißt oder so. Nee, das wappelt dann immer in ihrem Mund so rum, weil die da nicht draufbeißt, so richtig. Und mit diesen Klammern kann man mit ihr spielen wie mit so einem Hund. Man wirft die Klammer, Charlie rennt hinterher, nimmt sie quasi in den Mund und doofe Autobahnstelle. Und ja, bringt sie einen wieder. Ja, mit anderem Spielzeug macht sie das nicht. Mit Bällen spielt sie nicht, Bälle kannst du werfen, rennt sie nicht hinterher, interessiert sie nicht. Ist jetzt so langweilig anscheinend. Andere Sachen spielt sie auch nicht wirklich mit. Sie hat auch so einen Katzentunnel. Ja, da kann man auch manchmal mit der Angel dann da mit ihr spielen. Dann tut sie sich dann im Tunnel rumwälzen. Das ist schon ganz okay. Der Tunnel ist auch das einigste Spielzeug, was bei ihr lange gehalten hat, mit was sie mal gespielt hat. Und halt die Haarspangen, die halten halt auch extrem lange. Aber ja, Katzen angeln, zerlegt sie halt innerhalb ein, zwei Tagen. Da spielst du so wild mit. Die halten nicht lange. Da haben wir auch schon so viele verschiedene gekauft gehabt. Alle waren nach ein paar Tagen kaputt. Ist ein bisschen schwierig. Ist ein bisschen schwierig. Du wirst jetzt nicht rüber wechseln, oder? Du wirst nicht rüber... Zum Glück konnte der hinter mir noch rechtzeitig bremsen. Also die KI ist heute echt Katastrophe wieder. Heute ist wieder so ein Tag, aber wir haben noch keinen Unfall. Wir haben noch keinen Unfall. Ei, ei, ei. Was man mit Charlie gut spielen kann, ist Fangen. Das klingt total bescheuert, aber man kann tatsächlich mit Charlie Fangen spielen. Ja, dann kommt sie angerannt, tippt einen so am Fuß an, rennt weg. Wenn man ihr hinterher rennt, dann rennt sie quasi ins Wohnzimmer, springt auf einen Kratzbum, guckt einen an und dann sagt man Charlie los. Und dann rennt man selber wieder weg. Und dann rennt sie einen hinterher und gletscht einen wieder am Fuß ab. Und dann dreht man den Spieß wieder rum. Und dann kann man die ganze Zeit mit ihr Fangen spielen. Das macht sie auch total gerne. Braucht man kein Spielzeug für. Aber wie gesagt, ich hätte halt auch gerne mal wieder ein Spielzeug, wo man einfach auf den Boden setzt und Charlie einfach mitspielen kann. Ohne, dass man irgendwie da dabei ist. Das hatte ich mir halt von dem Ball erhofft. Ich meine, ich spiele total gerne mit Charlie. Auf jeden Fall. Aber wenn es auch mal mit Spielzeug spielen würde, wäre halt auch cool. Naja. Ein Versuch war es wert, auf jeden Fall. Versuch was wert mit dem Ball. Ich werde auch die Tage noch weiter testen, ob ich sie irgendwie dazu bringen kann, mit diesem Ball zu spielen. Ich habe heute Morgen schon wieder versucht, das irgendwie erschmackhaft zu machen, aber nö, da sitzen, blöd gucken. Und wenn der Ball kommt, einfach ganz gechillt weglaufen. Das ist Charlie. Der geht einfach alles an ihrem kalten Arsch vorbei. Naja. So, war hier nochmal Tempomat, Taste C oder war das Taste T? Ich bin mir nicht mehr sicher. Taste T. Taste T war Tempomat. Im Fernosimulator, Taste C war es glaube ich im ETS. Okay, ich habe jetzt wieder 80 erlaubt. Dann können wir den auch wieder ausknipsen. 84 Kilometer noch bis Gras. Ich wollte noch über irgendwas sprechen in der Folge, aber ich komme gerade nicht mehr drauf. Ich bin gerade so ein bisschen am überlegen. Was wollte ich noch ansprechen? Helft mir auf die Sprünge. Ich weiß es nicht mehr. Mann. Naja, vielleicht fällt es mir ja im Laufe der Fahrt noch ein. Wir werden bestimmt wieder so eine Stunde unterwegs sein ungefähr, gehe ich mal von aus. Und sechs Spielstunden wurden, glaube ich, angezeigt. Also ich rechne mal schon so mit einer Stunde. Ja. Ja. Ist ja cool, wie sich der Ton ändert, wenn man durch den Tunnel durchfährt. Aber das fällt mir gerade auch das erste Mal erst richtig auf in dem Spiel. Klingt ganz realistisch. Außer, dass gerade Schnee durch den Tunnel geflogen ist. Aber Kleinigkeit, Kleinigkeit. Ich habe gerade den Tempomat drin. Handy. Ich habe gerade den Tempomat drin. Geh doch mal ins Handy. Ich habe gerade den Tempomat drin. Sag mal, wie lange brauchst du denn? So. Endlich immer drangegangen. Ja, ich hatte gestern wieder so einen richtig, richtig geilen, telefonreichen Tag. Ich weiß gar nicht. Ich muss gerade mal nachschauen, wie viele. Ich bin das jemand, ich hasse ja telefonieren. Und gestern war wieder so ein Tag. Mein Handy hat von morgens bis abends eigentlich fast durchgeklingelt. Und heute auch schon wieder zweimal. Naja. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fufzehn Anrufe hatte ich gestern. Fünfzehn Mal telefoniert. Für jemanden, der es hasst zu telefonieren. Geiler Tag. Auf jeden Fall. Ja, und dann noch mehrere Sachen gleichzeitig. Gestern war nämlich wieder der Elektriker da. Wir haben jetzt endlich nach zwei Monaten wieder Licht im Treppenhaus. Ich feiere es total. Ja, war gestern auch ein bisschen chaotisch. War gestern auch ein bisschen chaotisch. Der Elektriker kam. Es war ein anderer, als der beim letzten Mal da war. Letztens hat sich ja quasi der Chef das angeguckt gehabt, was da ausgetauscht werden muss. Hat das Teil bestellt. Diesmal war halt ein Kollege da und hat das Teil oder sollte das Teil einbauen. Und ja, er kam an, hat das Teil, hat dann die Verteilerdose quasi gesehen, hat erst mal gedacht, oh je. Hat erst mal rumgekämpft, dieses Relais da rauszukriegen, was kaputt war. Weil das war da total hinten und da gehen so viele tausende Kabel durch dieses Verteilerkästchen durch. Nicht schön, deswegen habe ich es auch nicht selber gemacht. Das war mir ein bisschen zu viel, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich da mit Gewalt an diesem Relais dranziehen muss, rutscht bestimmt irgendwo ein Kabel raus. Und dann, weil kann ich nicht herausfinden, von wo dieses Kabel ist. Ja, so war es dann auch. Der Elektriker hat an diesem Relais dran gezogen, was kaputt war und hat natürlich sich vorher versucht, den Weg freizubahnen quasi. Und hat dann an diesem Relais dran gezogen und dabei ist irgendwo ein Kabel rausgerutscht aus irgendeiner Lüsterklemme. Joa, dann ging die Sucherei los. Dann hat er erst mal das neue Relais angebracht und dann ging die Fragerei und Sucherei los, wo kommt dieses Kabel her. Joa, dann hat er alle möglichen Steckdosen und Schalter noch durchgemessen und hat geschaut, ja, von wo kam dieses Kabel, wo führt es hin, was soll es machen. Und hat dann schon ein bisschen gedauert. Dann hat er noch festgestellt, joa, die Ursache, warum dieses Relais kaputt gegangen ist, ist, weil da eine Schalter, der quasi dieses Relais schaltet kaputt war oder einen Schlag weg hatte. Und dadurch ist dieses Relais kaputt gegangen. Das heißt, er musste einen neuen Schalter einbauen, den hat er aber nicht dabei gehabt. Das heißt, er ist dann weggefahren. Dann hat er einen neuen Schalter besorgt und dann hat er den Schalter noch eingebaut. Dann hat das alles soweit funktioniert. Dann hat er halt noch weiter gesucht, wohin dieses Kabel gehört, was das für eine Funktion hatte. Ja, dann hat er halt noch die eine oder andere Steckdose auseinandergenommen und hat durchgemessen und getestet und probiert. Und ja, dann hat er auch die Stelle gefunden, wo dieses Kabel hingehört hat. Und ja, letztendlich war dann quasi drei Stunden der Elektriker im Haus, beziehungsweise er war halt dann mal kurz weggefahren. Einen neuen Schalter holen in der Firma. Ja, also drei Stunden der Elektriker da. Und jetzt haben wir nach zwei Monaten endlich wieder Licht im Treppenhaus. Wahnsinns-Aktion. Ja, währenddessen hat meine kleine Schwester halt angerufen gehabt. Sie hat einen Termin gehabt, ein bisschen weiter weg. Ist mit dem Bus hingefahren. Und ja, hatte dann in diesem Ort keine Internetverbindung und wollte sich eigentlich mit Google Maps dann quasi zu der Adresse hinführen lassen. Keine Internetverbindung gehabt. Google Maps hat irgendwie nicht funktioniert. Wollte nichts anzeigen. Und ja, dann haben wir telefoniert. Dann habe ich noch nebenbei, wo der Elektriker da war, habe ich dann über das Telefon sie da quasi versucht hinzulotsen. War auch schon mal sehr spannend. Okay, der wird mir jetzt 100 pro die Vorfahrt nehmen. Ich mache mal eine Vollbremsung. Damit ich ein bisschen Abstand habe zu dem LKW. So. Ja, dann ging es los. Katrin hat da angerufen. Dann wieder meine kleine Schwester. Dann wieder Katrin. Dann ging es hin und her. Dann hat zwischenzeitlich noch die Bank angerufen. Ah Gott. Ja, dann hat noch ein Kumpel angerufen gehabt. Und, und, und. Da habe ich immer, weil während ich telefoniert habe, hat halt das Handy getutet. Dass dann jemand anderes anruft. Dann habe ich da immer aufgelegt. Wieder mit einem anderen telefoniert. Dann habe ich mit einem anderen zurückgerufen. Dann wieder da telefoniert. Dann hat es wieder getutet. Ah, war gestern echt ein guter Tag. War echt ein guter Tag. Und ich bin halt jemand, ich hasse Telefonieren, weil Telefonieren immer doof verläuft. Also ich finde, Telefonieren verläuft immer doof. Wir befinden uns im Jahr 2023 und telefonieren gerade, wenn man auf Festnetzelefon anruft, finde ich. Oder bei irgendwelchen Firmen oder irgendwelchen Unternehmen. Irgendwas läuft immer extrem doof. Sei es irgendwie, dass die Verbindung knarzt und knirscht und irgendwie nicht funktioniert. Dass man Abbrüche drin hat. Und jetzt nicht mit Handy, sondern wirklich, wenn ich irgendwo, was weiß ich, bei der Bank anrufe. Oder sonst wo. Ja, gestern zum Beispiel beim Bankgespräch war erstens wieder eine Zeitverzögerung im Gespräch drin. Und zweitens war die von der Bank extrem leise. Ich habe während dem Telefonieren meine Lautstärke am Handy komplett hochgedreht. Und ich habe die Frau einfach so gut wie überhaupt nicht verstanden. Während dann beim nächsten Gespräch wurde ich von der Person quasi angebrüllt. So laut war mein Handy gestellt in dem Moment. Ich finde, Telefonieren ist wirklich doof. Mach ich extra nicht gerne. Auch als ich zu Bank bin, weil ich einen Termin gebraucht habe. Ich habe da nicht angerufen. Ich bin hingefahren. Ich war eh in der Nähe und bin einfach hingefahren. Habe dann, ähm... Ich quetsche mich mal rüber. Bevor ich jetzt hier drüben nicht rüberkomme. So. So macht man das. Ja, ich bin so jemand, wenn ich einen Termin irgendwo brauche, fahre ich meistens hin, weil telefonieren ist irgendwie immer, immer doof. Ich finde auch Telefone doof, muss ich ehrlich sagen. Festnetztelefone finde ich auch doof. Wir hatten, oder beziehungsweise seit... Ich habe ja Ende letzten Jahres meinen Internetvertrag umgestellt und da war halt der günstigere Vertrag, war halt mit einer Festnetznummer dabei. Ja, wir hatten vorher 33 Euro für den Internetvertrag, war ohne Festnetztelefon. Hatte ich, äh... 6.000 Upload quasi und 120 Download gehabt. 120.000. Und... Musste ich natürlich für YouTube ein bisschen erhöhen. Ja, jetzt habe ich 50.000 Upload und habe 500.000 Download. Und... Da war halt eine Festnetznummer dabei und dieser Vertrag hat mich nur 2 Euro mehr gekostet als mein vorheriger. Mit Telefon. Hätte ich es ohne Telefon genommen, hätte ich, äh, um die... 10 Euro mehr bezahlen müssen. Fragt mich nicht, warum, wieso, weshalb. Modafone. Da habe ich natürlich gesagt, okay, nehme ich halt Festnetz noch mit dabei. Ja gut, dann haben wir natürlich eine Nummer gehabt. Dann haben wir auch gesagt gehabt, ja, uns erreicht man immer nur über das Handy. Ist ja eigentlich nicht verkehrt. Ist ja eigentlich okay, weil Handy hast du sowieso meistens bei dir. Aber jetzt haben wir die Nummer. Jetzt wollen wir sie auch nutzen. Wenn man zu Hause ist, vielleicht mit dem Festnetztelefon, es kann ja mal eine Handystörung geben oder was weiß ich. Dann kannst du so wenigstens noch telefonieren. Krass freigeschaltet. Sehr schön. Ja, wir sind angekommen. Ich erzähle gleich weiter. Ich erzähle gleich weiter. So. Hallihallo, Hallöchen. Ich bin heute im Namen von Flixbus unterwegs. Also alle, die ein Ticket haben nach Hofreichchen, Salzburg, bitte einsteigen. Ja, würde ich gerne. Würde ich gerne. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Sehr freundlich. Salü. Grüezi. 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 Alles einsteigen, bitte. Servus. Servus. Ja, Gude. Ja, so ein typisch hessisches Gude fehlt noch irgendwie in der Begrüßung hier. Salü. Ja, moin. Fehlt auch noch. Okay. Alle drin? Boah, der Bus ist gut gefüllt heute. Der Bus ist gut gefüllt. Was sagt denn die Zeit? Zeit sagt, wir sind zu früh. Wir machen einen Zeitsprung. So, ja, wir hatten uns also ein Festnetztelefon gekauft, hatten wir lange gesucht und haben festgestellt, diese scheiß Festnetztelefone, die kosten einen Arsch voll Geld. Ja gut, wir haben uns dann gedacht gehabt, okay, wir nehmen uns mal eins von der Telekom. Ja, weil diese anderen Marken, die sahen schon alle ziemlich billig aus. Ich kenne mich auch mit Festnetztelefonen überhaupt nicht aus, weil ist eigentlich voll die Steinzeit-Technik, Festnetztelefon, wenn man ehrlich ist. Deswegen kriegt man die auch bei den Internetverträgen wahrscheinlich hinterhergeworfen, diese Festnetznummern. Und, ähm, ja, da haben wir uns so ein Telefon geholt und jetzt haben wir das ungefähr ein halbes Jahr und dieses Telefon ist einfach schon kaputt. Ich weiß nicht, ob ich noch Garantie drauf habe oder nicht. Ich habe aber ehrlich gesagt keinen Bock, mich darum zu kümmern. Das Telefon tut sich halt alle zwei, drei Tage resetten. Was heißt resetten? Die Kontakte bleiben eingespeichert, die man eingespeichert hatte. Aber Uhrzeit, Datum und alles geht einfach alle paar Tage verloren. Das geht mit Tierrecht auf den Senkel. Das ist so ein scheiß teures Telefon. Ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat. 40 Euro, glaube ich, oder so. Was wirklich ein Arsch voll Geld ist für so eine Steinzeit-Technik, die nie richtig funktioniert. Und, ähm, ja, jetzt haben wir das Telefon halt dastehen. Das tut sich alle zwei, drei Tage, tut es halt die Uhrzeit und alles vergessen. Ich lasse es einfach so dastehen. Das funktioniert ja an sich. Was auch eine Sache ist, das Telefon ist auf die maximale Lautstärke gestellt beim Telefonieren und man hört, egal wo man anruft, die Leute versteht man kaum. Auch so eine Sache. Ein Telefon für 40 Euro kann man nicht mal so lautstellen, dass man richtig gut telefonieren kann, ohne dass man ständig total lauschen muss oder sich das andere Ohr zuhalten muss. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich bin dieses, dieses ganze Thema Festnetztelefon, ich bin da wirklich kein Fan von und ich werde jedes Mal wieder bestärkt, dass es wirklich nicht gut funktioniert. So, wir fahren mal weiter. Ich lasse die Ansage mal wieder im Hintergrund laufen. Und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Ich muss die halt laufen lassen, die Ansage, weil sonst kriege ich Ärger bei der Polizeikontrolle, wenn jemand nicht angeschnallt ist. Und gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Das ist genauso wie auf der Arbeit. Da musste ich ja auch ab und zu mal mit Kunden telefonieren. Und es war oft so eine Katastrophe, fand ich, weil der eine Kunde hast du angerufen, der war so laut, der hat dich angeschrien über das Telefon. Dann hast du mit dem nächsten Kunden telefoniert. Okay, das war knapp. Wäre aber auch mein Fehler gewesen. Ihr wollt mich vordrängeln, der hat sich aber auch gedacht, nee, das lasse ich nicht zu. Ja, der eine Kunde am Telefon, den hast du total gut verstanden. Den nächsten hast du angerufen, den hast du einfach so gut wie gar nicht gehört. Dann hast du den nächsten angerufen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Die KI will uns heute echt fordern. Ja, beim nächsten Kunden, der hat telefoniert, während er mit dem Auto unterwegs war. Das hört sich dann sowieso immer weit entfernt an am Telefon. Dann hast du ab und zu mal Unterbrechung drin. Wenn er in den Tunnel fährt, ist das Gespräch weg. Dann rufst du wieder zurück, dann machst du das, dann machst du da. Manche Leute, die sind einfach komplett unterbrochen. Manchmal hast du Leute dabei, die haben so einen harten Dialekt. Die du einfach dann nicht verstanden hast, weil dir einfach dann das Optische gefehlt hat. Du konntest das wenig deuten, was die Person meint und so. Ja, du hast ja dann einfach nur die Stimme und wenn du dann Dialekt dran hast, wo du einfach nicht verstehst oder hast jemanden dran, wo aus einem anderen Land kommt, wo die Sprache noch nicht so richtig beherrscht, das finde ich, fand ich auch immer total super. Wenn du irgendeine Firma wieder angerufen hast, die dir irgendwas antreten wollten auf der Arbeit und du hattest Leute dran, die, wenn überhaupt, drei, vier Leute nur Deutsch reden konnten. Da willst du ja auch nicht unhöflich sein. Ja. Dann versuchst du, das zu verstehen und nachzuvollziehen, was die Personen von dir wollen und ich finde das einfach ein extrem unangenehmes Gefühl. Ja. Ähm, warum blinke ich links? Keine Ahnung. Naja. So ist Telefonieren das öfter. Ja. Na ja, ich habe jetzt wenigstens durch die ganze Aktion mit dem Festnetztelefon festgestellt, wie scheiße teuer diese Festnetzgeräte sind. Ist, glaube ich, auch so eine Sache, dass Festnetztelefone, kann man am besten älteren Leuten antreten. Wir waren auch, als wir mal im Expert dann waren, haben nach Festnetztelefon geguckt. Wir wollten einfach mal schauen, was es da so für Geräte gibt und ähm, haben da so ein bisschen verglichen. Auch wie die Optics sind, ja, das ist für Katrin so ein Thema, ist ganz wichtig. Das Telefon muss gut aussehen. Scheiße auf die Funktion. Scheiße aufs Geld, Hauptsache es sieht gut aus. Ähm, ich bin halt dann so jemand, ähm, mir ist die Optik komplett scheißegal, wenn das, was drin ist, einigermaßen okay ist. Preis-Leistungstechnisch. Was aber bei Festnetztelefonen nie eigentlich zugetroffen hat. Ähm. Du hast auch stellenweise Funktionen in diesen Telefonen drin gehabt, wo ich mir gedacht habe, wer braucht sowas? Ich setze mich doch nicht zu Hause mit meinem Festnetztelefon hin und spiele Spiele auf dem Sofa. Wie sehe ich denn aus? Keine Ahnung. Ja, da waren halt auch Leute neben uns, die haben sich dann einen Angestellten extra geholt und haben sich beraten lassen für ein Festnetztelefon. Natürlich, der Berater ist direkt zu den teuersten Geräten hingerannt. Will natürlich verkaufen. Und ich hatte vorher mir diese Geräte schon angeschaut und hab halt gesehen, okay, das Telefon kann genau das wie das andere, nur dass das eine halt eine andere Marke draufstehen hat und kostet einfach das Doppelte. Aber okay. Deswegen, ich hab für mich festgestellt, ich glaube so Festnetztelefone ist eine Sache, die kann man total gut älteren Leuten antreten, die unbedingt noch ein Festnetztelefon haben wollen, weil sie damit groß geworden sind. Ich bin halt Generation, ja, wir hatten ein Festnetztelefon mit Wählscheibe sogar damals noch. Mein Vater hat extrem lange so ein Wählscheibentelefon gehabt. Und seitdem es Handys gibt und Flatrates, braucht man eigentlich an sich kein Festnetztelefon mehr. Ist meine Meinung. Wir haben halt jetzt, wie gesagt, eins geholt gehabt, weil wir halt eine Nummer hatten und haben mir gedacht, okay, Katrin hat halt gemeint gehabt, ja, jetzt haben wir eine Nummer, jetzt will ich auch ein Telefon haben. Was machst du da als Freund? So ist du Stress? Oder sagst du, okay, dann holen wir uns halt eins, gucken wir mal, was einigermaßen preiswert ist und natürlich hübsch aussieht. Frau halt. Und, ähm, ja. Jetzt haben wir es dastehen, das Telefon spinnt, hat einen Arsch voll Geld gekostet. Ich finde, 40 Euro sind einfach viel für so ein Kackding. Meiner Meinung nach Festnetztelefone, die müssen ja nichts können. Von mir aus nicht mal ein Farbdisplay drin. Braucht man nicht. Ja, schwarz-weiß, in die Scheiße reingeklatscht. Muss einfach telefonieren können und man muss halt eine gescheite Lautstärke einstellen können während dem Telefonieren. Wer braucht so ein Ding für mich nicht? Ich bräuchte theoretisch nicht mal, nicht mal, ähm, nicht mal so ein Kontaktbuch da drin. Weil, wie gesagt, wann nutze ich sowas? Wenn ich telefonieren will, nehme ich immer noch mein Handy. Ich glaube, Katrin hat mittlerweile dreimal das Festnetztelefon benutzt. Aber ansonsten benutzen wir das eigentlich nicht. Es steht die ganze Zeit rum, zieht Strom und, ähm, resettet sich alle zwei Tage. Es ist einfach, naja, es ist nicht mehr ganz zeitgemäß, finde ich. Wenn man da aber halt so sieht, was in diese Dinger investiert wird, um die weiterzuentwickeln, dass man drauf Spiele spielen kann, ein total geiles Farbdisplay hat und... Nee, wirklich nicht. Wirklich nicht. Wenn ich Spiele spielen will und telefonieren will, dann kann ich auch mein Handy nehmen. Dann habe ich ein großes, geiles Display, habe einen Touchbildschirm, ja, eine Kamera mit dabei, was weiß ich, und habe es immer am Mann. Und bin ich auf die 20 Meter ums Telefon rum, um die Dockingstation quasi angewiesen zu bleiben. Also, so ein Festnetztelefon hat für mich irgendwie keine Vorteile. Einigste wäre wirklich, man hat mal eine Funkstörung, keine Ahnung, man kann das Handy nicht benutzen, aber hatte ich jetzt bei Kongstar, glaube ich, die letzten 10 Jahre, wo ich da bin, oder 15 Jahre, ein einziges Mal, dass ich, glaube ich, eine Stunde oder so keinen Empfang hatte. Naja, was will man machen? Was will man machen? Ich denke mal auch, dass ich das Festnetztelefon wahrscheinlich, wenn Katrin auch irgendwann ist, überhaupt nicht mehr benutzt und es einzieht, dass wir das eigentlich überhaupt nicht brauchen, dann wird das auch wieder entsorgt, dann spare ich mir das Strom für das Ding. Es ruft halt auch keiner drauf an. Katrin hat die Nummer dann verteilt gehabt, unsere Festnetznummer, an ihre Familien, Freunde, Bekannten, aber wenn die anrufen, ruft die trotzdem nur auf dem Handy an. Es ist einfach, es ist halt so drinne, es ist halt so drinne. Und die wissen halt, oder man weiß halt, dass man uns immer auf dem Handy erreichen kann, auf dem Festnetztelefon nur mit Glück. Das ist halt die nächste Sache. Dann rufst du natürlich da an, wo du sicher jemanden erreichst, wenn du unbedingt telefonieren willst oder telefonieren musst. Ist ja ganz klar, würde ja jeder so machen. Würde ja jeder so machen. Dann rufst du noch keine Ahnung. Dann rufst du auch. Dann rufst du dich, Schöne Landstraße, wo wir hier gerade entlangfahren. Schöne Landstraße, wo wir gerade entlangfahren. So, wir haben noch 204 Kilometer bis nach Salzburg. Das klingt verdammt weit noch. Durch die Landstraße kommen wir auch nicht ganz so zügig voran, aber müssen wir auch nicht. Ich genieße gerade einfach die Fahrt hier durch die bergige Landschaft, während es schneit. Diese Stangen neben der Fahrbahn kenne ich auch. An der Wasserkuppe sieht man die. Das ist, glaube ich, wegen dem hohen Schnee und so, dass die Räumfahrzeuge, glaube ich, die Straße erkennen oder sehen, wo die Straße entlang geht. Aber keine Ahnung, ob das stimmt. Könnte ich mir aber denken. Weil diese normalen Leitpfosten bei der Wasserkuppe, wenn da richtig Schnee am Rieseln ist, dann liegt da extrem hohe Schnee und dann sind diese weißen Leitpfosten einfach mal weg. Durch die Stangen, die sind ein bisschen höher. Die sieht man ja ganz gut und dann weiß man, okay, dafür läuft die Straße. Die sieht man halt immer. Okay, das Schild hat gerade angezeigt. 135 Kilometer bis nach Salzburg. Bei mir steht aber noch 200 Kilometer. Entweder müssen wir noch einige Kilometer dann durch Salzburg durchfahren, bis wir dann am Busbahnhof angekommen sind. Oder das Schild war falsch. Oder was? So, Autobahn. Schade. Ich hätte jetzt noch ein bisschen weiter Landstraße fahren können. Fand ich eigentlich ganz gechillt gerade. Okay, wir haben schon den Tunnel-Sound, bevor der Tunnel anfängt. Das ist natürlich cool. So, ich mache gerade mal den Tempomat auf 85. Das Spiel zeigt zwar an 100, aber auf den Schildern hier wird 80 angezeigt. Und Überholverbot für mich. Sag mal, was ist das für eine Strecke? Harte Rechtskurve die ganze Zeit. Und jetzt harte Linkskurve, oder wie? Sehr verehrte Frage, erst mal halten Sie sich fest. Harte Linkskurve. Ja gut, aber wenn wir hier 80 fahren, dann fahren wir auch 80. Der fährt mehr wie 80, der fährt bestimmt die 100. Da ist irgendwas nicht so ganz passend im Spiel. Anzeigen 80, Spiel sagt 100 und die KI fährt bestimmt auch 100. Aber gut, auf der Autobahn, ja. Sind wir mal ehrlich, wenn 80 angezeigt wird, fährt doch jeder mindestens 90, oder? Auf der Autobahn, wenn nicht sogar 100. Ich mache es nicht, einfach weil ich mir denke, es wird schon Grund haben, warum auf 80 runtergebremst wird, oder auf 60, oder auf 100. Aber sehr, sehr viele fahren ja dann immer so 10, 20 Sachen mehr. Na ja, auf der Autobahn, wenn ich ehrlich bin, ich tue meine Geschwindigkeitsbegrenzung dann meistens, wenn 80 steht, auf 90 runtersetzen. Oder hochsetzen, sagen wir es so. Da habe ich noch ein bisschen Spielraum. Aber wenn du 80 fährst, bei einer 80er Stelle auf der Autobahn, da wirst du ja gesteinigt. Das stimmt, das stimmt schon, das muss man schon. Ein bisschen schneller muss man fahren, als das, was eingegeben wird. Sonst wirst du einfach von der allgemeinen Masse gesteinigt auf der Autobahn. Während dem Fahren. Das fand ich bei Essen so krass. Ich bin ja mal nach Essen gefahren und ich fand, in Essen fährt man total merkwürdig. Also wenn da auf dem Schild 100 gezeigt wurde, musste man mindestens 140 fahren, sonst wurde man da auf der Autobahn gesteinigt. Habe ich nicht verstanden. Dann bist du zum nächsten Schild gekommen, da wurde 80 angezeigt. Wenn du da nicht mindestens 120 gefahren bist, wurdest du da auch angehobt und gesteinigt und was weiß ich. Also total merkwürdig. Kannte ich so nicht auf der Autobahn. Ja, 10 Sachen mehr ist so Standard, aber 30, 40 mehr fahren als erlaubt, ist dann schon eine harte Nummer. So, hier haben wir jetzt 60 auf den Anzeigen. Und das Spiel sagt 80. Ich bin verwirrt. Ich bleib dabei 68. Tempomat ist an. Ja, das hat mich damals ein bisschen verwirrt. In Essen. Ich habe das noch nie woanders so erlebt, dass man so extrem viel mehr fährt, als das, was auf den Schildern angezeigt wird. Und das waren jetzt keine Schilder, die irgendwie zeitlich begrenzt sind. Das ist ja auch so eine Sache, die finde ich auch in der Realität richtig, richtig doof. Zeitlich begrenzte Geschwindigkeiten. Wenn man irgendwie fremd ist in einem Ort oder in der Stadt und dann fährst du da irgendwie durch, dann siehst du so ein Schild. Ah, 30. Und dann hast du nochmal einen riesengroßen 5 Meter langes Schild darunter hängen mit 50 Seiten DIN A4 Text quasi, die darunter hängen, wo du erstmal durchlesen musst. Und dann, um zu verstehen, wann dieses Schild jetzt überhaupt gültig ist. 30 bei Vollmond, ähm, wenn die Sterne in der Konstellation stehen, an dem Tag, in der Jahreszahl, ähm, keine Ahnung, wenn gerade Eppe ist in Kiel. Was überhaupt nicht möglich ist. Aber ist ja komplett egal, so ein Scheiß steht da auf dem Schild. Dann musst du da erstmal während der Fahrt, ganz schnell bei der Vorbeifahrt, normalerweise müsstest du bei manchen Schildern stehen bleiben und müsstest die erstmal durchlesen. Oder wenn du einfach an einer Stelle irgendwie 30 Schilder auf einmal stehen hast, die kannst du gar nicht wahrnehmen. Da ist bekannt, dass du die als Autofahrer alle gar nicht wahrnehmen kannst und verarbeiten kannst. Und es wird trotzdem gemacht. Das ist auch so eine geile Sache. Das ist auch so eine geile Sache. Ja, mein Auto, meine Verkehrsschilderkennung macht sich ja bei so Schildern mit so langen Text immer ganz einfach. Zeigt einfach die Geschwindigkeit an und ein Symbol dahinter, dass ganz viel Text da ist. Selbst das Auto hat keinen Bock, sich das alles durchzulesen. Finde ich immer komplett doof. Gerade wenn man irgendwo fremd ist, wie gesagt. Da hast du so riesen Schilder mit riesen Text unten dran. Ich habe auch schon oft die Situation gehabt, dass ich so Schilder... Also auf der einen Strecke haben wir auch so Schilder. Da muss ich mal gucken. Im einen Ort, wo ich durchfahre, ist an den und den Tagen von der Uhrzeit von, was weiß ich, 7 bis 15 Uhr. Und bei der anderen Ortsdurchfahrt ist von 8 bis 16.30 Uhr. Aber auch nur von Montags bis Freitags. Samstag, Sonntag nicht. Und wenn ich da durchfahre, bin ich da manchmal verwirrt und bin da überlegen, ja, was für einen Tag haben wir denn eigentlich heute? Und ja, wie viel Uhr haben wir denn überhaupt? War das jetzt das Schild mit der Uhrzeit oder war das jetzt das Schild mit der Uhrzeit? Wenn du da noch nicht oft durchgefahren bist, bist du da verwirrt. Ich meine, wenn du da öfters mal lang gefahren bist, irgendwann weißt du es. Aber ansonsten finde ich sowas richtig, richtig doof. Richtig doof. Weil wenn du dann geblitzt wirst und es ist halt gerade der in der Tag zu der in der Uhrzeit und da hat halt gerade mal 30 gegolten, bist du am Arsch. Wenn du aber langsam fährst, weil du denkst, oh, ich bin mir jetzt nicht sicher bei dem Schild und 10 Leute fahren hinter dir, die wollen dich am liebsten aus dem Auto dann reißen und dich kaputt prügeln. Was hast du für eine Wahl? Geh dich nichts an, wenn der nächste Rastplatz kommt. Wir sind doch gleich schon am Ziel in 111 Kilometern. Pause machen lohnt sich nicht mehr. Ich hatte ja auch schon mal das Thema aufgegriffen gehabt, dass ich sowieso finde, dass manche Verkehrsschilder, die sind so doof platziert, da kannst du als Autofahrer eigentlich nur in die Falle gehen. Wenn du da nicht jeden Tag dran fährst und dann irgendwann aus Zufall die Schilder wahrnimmst, oder ich habe ja schon mal erzählt, wir haben ja auch in der einen Ortschaft ein Schild so dreckig platziert stehen, dass nicht mal die Autoverkehrsschilderkennung, die da drauf ausgelegt ist, Schilder wahrzunehmen, selbst die Kamera das nicht mal wahrnimmt. Und du als Fahrer nimmst es auch nicht wahr. Wenn du Glück hast, siehst du irgendwann auf der Rückfahrt, ah, da ist ja ein Schild gewesen an der Stelle, habe ich vorhin gar nicht gesehen. Beim nächsten Mal guckst du da dann genau hin, dann siehst du, oh, da ist ja ein Schild. Dann fährst du dann nochmal durch und dann denkst du dir, ja super, das kannst du doch gar nicht sehen von der Fahrtrichtigung aus. Total geil, total geil. So, ich muss gerade mal auf die Uhr gucken. Ich habe heute wieder Terminen um 14 Uhr. Wir haben aber jetzt gerade erst 11.55 Uhr, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich muss noch vorher noch was essen. Apropos Essen. Lieblingsthema HelloFresh. Ich muss Kritik äußern. Ich muss tatsächlich Kritik gegen HelloFresh äußern. Wir hatten die letzten Wochen immer noch HelloFresh-Lieferungen bekommen, weil wir eigentlich mit dem Essen voll zufrieden sind. Aber es geht langsam los mit einem Phänomen, von dem uns auch andere berichtet hatten. Also Bekannte und Freunde, die auch HelloFresh hatten, die haben dann irgendwann auch gesagt gehabt, ja, bei uns war es dann irgendwann so, dass ständig irgendwelche Sachen gefehlt haben, Zutaten und, und, und. Oder die Qualität nicht mehr ganz so gut war. Ich meine mit der Qualität. Oh, Polizeikontrolle. Oder ich habe meine Ruhezeit nicht eingehalten. Ah, ja, ja, ja. Verdammt. Das gibt Ärger. Das gibt Ärger. Komm, wir flüchten. Nee, kann ich nicht machen. Ich kann ja nicht durchfahren durch die Markierung. Das gibt Ärger. Und zwar, HelloFresh, wie gesagt, Zutaten waren an sich in Ordnung, aber es fehlen die letzten Wochen, oder die letzten Wochen hat fast immer irgendeine Zutat gefehlt. Man kann das dann zwar ganz einfach auf die Seite gehen von denen und kann dann auswählen, ja, Probleme bei dem Rezept gab es, es hat eine Zutat gefehlt, kann man sich einfach durchklicken. Dann kriegt man eine Gutschrift für eine Zutat, die fehlt, klickt man 2,88 Euro. Blöder Betrag, wenn ich bedenke, ja, ich muss jetzt zum Supermarkt gehen, kann mir nicht die passende Portion kaufen, muss also eine große Portion nehmen, bezahle ich was genauso viel mit Spritkosten und so weiter und so fort, mache ich keinen Gewinn dadurch, habe aber doppelt so viel Aufwand. Jetzt wollte ich tanken gehen, ich brauche noch gar nicht tanken. Wir fahren mal einfach durch. Die haben auch einmal ihre Kontrollstellen so blöd platziert, dass man da nicht flüchten kann, weil sobald ich in die Markierung reinfahre, beziehungsweise ich könnte eigentlich über die Wiese mal versuchen zu fahren, aber nee. Komm, wir lassen es. Ich nehme die Strafe in Kauf. Tachograph gibt Ärger, oder? Ja, zum Beispiel hatten wir letztens wieder ein Gericht gehabt. Oh, alles in Ordnung, sehr schön. 21 von 21 angeschnallt, das ist perfekt. Ja, das ist halt manchmal komisch, manchmal fehlen einfach die Hauptzutaten. Denkst du dir auch, ja geil. Da hast du ein Gericht, zum Beispiel, weswegen ich mich wieder bei HelloFresh beschwert hatte, wie fast die letzten Wochen immer, weil irgendeine Zutat gefehlt hat. Konnte ich mich auch diesmal nicht mehr durchklicken, sondern musste dann tatsächlich chatten mit denen. Und, ja, da hatten wir ein Rezept gehabt, Schnitzel mit, was waren es, ich glaube, Kartoffeln und Brokkoli mit einer Sahnesoße quasi dabei. Und, ähm, da hat einfach mal der Brokkoli gefehlt. Nee, da waren keine Kartoffeln dabei, es war einfach nur Schnitzel, Brokkoli und die Soße. Und, ähm, da hat einfach der Brokkoli gefehlt. Da hättest du Schnitzel mit Soße essen können. Ja, ich bin dann zu Einkaufen gefahren quasi und hab Brokkoli besorgt. Was mich total geärgert hatte. Okay, der lässt mich rausfahren. Und in den letzten Wochen war es halt immer so, es hat irgendwas gefehlt. Einmal ist es denen selber aufgefallen, da kam direkt, als DPD geklingelt hat, kam eine SMS. Sorry, uns ist aufgefallen, beim Verpacken gab es einen Fehler, du kriegst eine Gutschrift von 5 Euro, was weiß ich. Ähm, warum man da mehr Gutschrift bekommen hat, keine Ahnung, aber wurscht. Vielleicht, weil sie da selber wissen, sie haben Kacke gebaut. Und wenn du halt nur über die Seite bei denen anklickst, da fehlt eine Zutat, dann, ähm, müssen sie dir einfach glauben, du kannst dir nicht nachweisen. Wobei, Amazon will auch manchmal Bilder haben, wenn man sagt, ja, ich hab die Lieferung nicht bekommen, dann wollen sie ein Bild davon haben, dass man die Lieferung nicht bekommen hat. Und, ähm, anderes Thema, aber, ähm, ja, hat irgendwie immer irgendwas gefehlt die letzten Wochen. Jetzt hatte ich ja mit denen gechattet gehabt, hab gesagt gehabt, ja, fehlt mal wieder eine Zutat, wie die letzten Wochen auch. Da hab ich natürlich wieder die 2,88 Euro Gutschrift bekommen und, ja, tut ihnen leid und sie werden dran arbeiten. Da hab ich gesagt gehabt, ja, wie kann es sein, dass ich die ersten vier Wochen quasi nie Probleme hatte. Und jetzt auf einmal geht das Phänomen los, als, ähm, jetzt schon ein wochenlanger Kunde, dass Zutaten fehlen. Wie kann das sein? Ähm, konntest du halt auch nichts zusagen. Ja, kommt halt einem so vor, also wollen sie neue Kunden locken und wenn sie da sind, sind sie nur noch halb so wichtig, wie es halt bei vielen Unternehmen ist. Da kann man dann ruhig mal eine Zutat vergessen oder weglassen. Gar nicht schlimm. Da kommt es eigentlich so ein bisschen vor. Und da hab ich dir auch nochmal gesagt gehabt, ja, die letzten Wochen fehlt leider immer mindestens eine Zutat bei den ganzen Sachen und ich muss immer einkaufen gehen, deswegen. Hab gehofft, ich krieg dadurch nochmal eine Gutschrift als Entschädigung, aber leider nicht. Ne, aber sie hat jetzt geschrieben gehabt, sie werden, die nächste Bestellung werden sie extra nochmal quasi überprüfen, dass alles dabei ist. Ich bin jetzt mal gespannt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann jetzt wirklich die Bestellung dann nochmal quasi aus dem System rausnehmen und den Karton aufmachen und nochmal reingucken und nochmal schauen, ob wirklich alles dabei ist. Kann ich mir nicht vorstellen, weil ich bin nicht der Einigste, dem Zutaten fehlen. Wie gesagt, unsere Bekannten, die hatten auch erzählt gehabt, ja, am Anfang war alles gut und irgendwann haben Zutaten gefehlt. Das wird System von denen sein, warum auch immer. Ja, Hauptsache neue Kunden gewinnen, die alten Kunden, die können ruhig ein bisschen leiden. Pech gehabt. So von den Rezepten her sind wir aber immer noch zufrieden, die sind richtig gut. Die ganzen Essen, die schmecken alle voll gut, was wir hatten. Aber wie gesagt, das Zutaten fehlen ist halt richtig kacke. Ich hoffe jetzt mal, dass jetzt am Freitag kommt wieder die nächste Bestellung, also morgen. Also wenn ihr das Video seht, haben wir die Bestellung schon. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich extra nochmal überprüft worden ist und alles dabei ist. Was ich mir denken könnte, ist, dass wenn die jetzt sagen, ja, wir haben doch deine Bestellung vor dem Rausschicken nochmal kontrolliert. Die können es ja auch zu ihrem Vorteil nutzen, sagen wir es mal so. Wenn die jetzt wirklich, wenn die jetzt sagen, ja, wir haben doch letztens geschrieben, wenn jetzt wirklich wieder eine Zutat fehlen würde. Wir haben doch letztens geschrieben, wir haben dein Paket überprüft von dem Lossenden nochmal. Wir haben nochmal alles kontrolliert. Und ich sage, nee, da fehlt was, dann werden die mir nicht mehr glauben und ich werde keine Gutschriften mehr kriegen, wenn was fehlt. So kam das mir ein bisschen im Chat rüber, wie als würden die jetzt sich einfach so ein kleines Fan-Session schaffen, wo sie quasi durchschlüpfen können, um Geld zu sparen. Ja, wenn sie es doch extra kontrolliert haben, dann ist da alles dabei, können sie ja behaupten. Und wenn ich dann sage, nee, da hat was gefehlt, dann ist Wort gegen Wort und dann sagen sie, nö, du kriegst nichts mehr, wenn du Pech hast. Kann passieren. Rechne ich mit. Weil ich denke nicht, dass die jetzt wirklich den Karton nochmal auseinander rupfen, jede Tüte nochmal öffnen, weil es ja angeblich maschinell verpackt wird. Ich weiß es ja nicht. Dann bin ich mal gespannt. Also ich bin wirklich mal gespannt. Sollte jetzt nochmal was fehlen, dann werde ich nochmal ein bisschen mehr Rambazamba im Chat machen bei denen. Oder vielleicht meiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen und gucken, ob ich irgendeine Nummer finde und da mal anrufen. Und notfalls wird es halt einfach wieder gekündigt. Wir haben jetzt über die ganzen Wochen genug Rezepte abgegriffen, die wir noch öfters kochen können. Das ist gar kein Thema, also abwechslungsreiches Essen haben wir jetzt. Aber ich finde es halt doof. Keine Ahnung, ich finde es halt doof. Wenn man sonst eigentlich zufrieden ist, auch preislich bin ich voll mit zufrieden. Dadurch, dass ich ja jedes Mal Gutschriften bekomme, ist sowieso ein bisschen günstiger noch als angegeben. Aber es ist halt doof, dass man jedes Mal da hinterher rennen muss. Oder man will gerade anfangen zu kochen. Zum Beispiel, als die letzte Zutat gefehlt hat, war ein anstrengender Tag. Ja, kam erst irgendwie abends oder spät nachmittags oder abends quasi zum Kochen. Hab mir gedacht, okay, wir haben noch das eine Gericht übrig. Das machen wir jetzt. Dann stellst du dich in die Küche, packst die Tüte aus, willst loslegen und merkst dann, ja, die Hauptzutat fehlt. Äh, super. Dann kommst du nach einem anstrengenden Tag, wo du die ganze Zeit durch die Gegend gerannt bist, nach Hause, willst du nur noch eigentlich schnell kochen, was essen und dich hinsetzen oder an den Computer gehen oder keine Ahnung. Und dann fehlen dir Zutaten, du hast nichts mehr anderes zu essen zu Hause, worauf du Bock hast. Oder nichts mehr passendes zu Hause, wo du was Scheites draus machen könntest. Na gut, was machst du denn? Dann gehst du halt wieder raus. Dann fährst du wieder einkaufen, stellst dich da wieder an die Kasse. Dann fängst du erst das Kochen an. Dadurch wieder eine Stunde verloren quasi. Das ist halt dann nervig, das ist halt doof. Wenn dann mal so zwischendrin ein Rezept fehlt oder eine Zutat fehlt, finde ich es nicht so schlimm. Ich kriege die Gutschrift, Katrin nimmt es von der Arbeit mit, gut ist. Aber wenn man halt nur noch ein Rezept übrig hat und da fehlt die Hauptzutat. Und du hast keine andere Wahl, außer jetzt einkaufen zu gehen. Da ist es halt doof. Ja, ich habe halt den Vorteil, dass Katrin halt im Lebensmittelmarkt quasi arbeitet. Wenn da was fehlt, kann ich einfach sagen, hier, bring bitte die Tage mal das und das mit. So, ich bin jetzt gerade ein bisschen blöd über die Ampel gefahren, aber wenn der auch so blöd stehen bleibt. Wir zahlen jetzt einfach der KI mal zurück. Aber ansonsten, wie gesagt, mit den Rezepten sind wir eigentlich voll zufrieden. Bis jetzt hatten wir zwei Gerichte dabei gehabt die ganzen letzten Wochen, die Katrin nicht so hundertprozentig geschmeckt haben. Die waren auch gewöhnungsbedürftig, aber letztendlich fand ich sie eigentlich doch ganz cool, weil es halt mal was anderes war. Ansonsten waren wir eigentlich wirklich immer mit zufrieden. Also es hat immer geschmeckt. Aber macht sich halt keine Freunde, wenn man sich drauf verlässt. Es wäre jetzt genauso, wie als würde ich einkaufen gehen und würde jedes Mal irgendwie Zutaten vergessen. Ich meine, es ist einmal im Jahr vorgekommen, dass ich mal irgendeine Zutat vergessen habe, wenn ich selber einkaufen war. Beziehungsweise, wenn ich selber den Essensplan gemacht habe, habe mir die Zutatenliste geschrieben, war einkaufen, habe mir die Sachen besorgt. Da habe ich vielleicht einmal im Jahr was vergessen, aber es kann ja nicht sein, dass irgendwie jede Woche, also die letzten drei, vier Wochen jedes Mal irgendwas fehlt. Ja, nenn mir doch die Vorfahrt, was hältst du denn davon? Da sind wir schon in Salzburg. Wir sind gleich angekommen. Und ich habe gar kein Foto gemacht, fällt mir gerade auf. Wollen wir gerade hier einfach mal schnell so ein Fotoschen machen? Bevor es noch dunkler wird, machen wir einfach mal während der Fahrt ein Foto hier in Salzburg. Mit Pukas Casino Werbung im Hintergrund, das ist sehr schön. Ja, wenn ich schon Casino sehe, dann könnte ich schon kotzen. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ich verstehe es auch nicht, warum so viele Streamer und YouTuber auf diese Casino-Streams irgendwie drauf anspringen. Klar, die Casinos bieten einem eine extreme Menge Geld, habe ich schon gehört, aber... Das ist doch nichts anderes als Leute verarschen und abzocken und ausnehmen. Keine Ahnung. Das könnte ich niemals mit meinem Gewissen vereinbaren. Wenn mich so ein Casino-Ding ins Anschreiben würde und würde sagen, ja komm, mach doch Casino-Streams, wir geben dir 10.000 Euro im Monat dafür. Was du gewinnst, kannst du behalten. Und wenn du was verlierst, zahlen wir das auch wieder aus. Das könnte ich niemals mit meinem Gewissen da irgendwie vereinbaren, dass ich da andere Leute mit reinziehe, die dann kein Geld mehr zurückbekommen und dann pleite gehen. Sich vielleicht ihre Familien zerstören und was weiß ich. Das könnte ich niemals mit mir vereinbaren. Na ja. Muss halt irgendwie immer schwarze Schafe geben. So. Machen wir es so. Ich lasse es eigentlich gerade nur mit rausstehen, weil ich finde, das ist so ein schöner Farbkontrast da hinten. So ein schöner Farbkontrast. Wie sieht denn das Bild von hinten aus, wenn ich es machen würde? Oh, sieht doch eigentlich auch cool aus, oder? Gefällt mir sogar, wenn wir die Tiefenunschärfe so ein bisschen da nach vorne hin verlaufen lassen. Die Lampe direkt da drunter. Ja, komm her. Machen wir gerade ein Foto. Was halt das Coole ist, mein Vater hat sich mal so einen alten, gebrauchten Spielautomat gekauft gehabt, quasi von so einer Spielhalle. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo der den her hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall so ein altes, gebrauchtes Teil, funktionieren nicht mehr alle Lichter oder so. Aber er kann halt einfach, wenn man Bock hat, so ein bisschen ein Glücksspiel zu machen, kann man sich einfach bei ihm zu Hause an diesen Automat stellen. Er benutzt ihn quasi als Spardose, sagt er immer. Wenn er Kleingeld übrig hat, schmeißt er das da rein, spielt ein paar Runden und dann ein, zweimal im Jahr nimmt er halt die ganze Geldkassette da raus. Und, ähm, seine Spardose ist total cool, wenn er sowas zu Hause hat. Weil man verliert kein Geld. Wenn du halt spielen willst, dann nimmst du dir halt entweder den Schlüssel und machst den Automat auf, nimmst dir ein paar Münzen raus, schmeißt die wieder rein und spielst einfach ein bisschen. Oder du gönnst beim Vater halt mal ein paar Euro. Oder so. Aber, ähm, nee, normalerweise hat er immer da Geld drinne liegen im Ausgabefach, dass man es einfach nehmen kann, wenn man Bock hat und spielt mal vor ein paar Runden. Ist schon ganz cool, aber ich würde halt niemals in einem Stream oder online sowas machen. Scheiß aufs Geld, ganz ehrlich. Scheiß aufs Geld. Sag ich ja immer wieder. Scheiß aufs Geld. So. Da sind wir angekommen. Ich mach noch das Gepäckfach auf, damit alle ihre Taschen bekommen. Ich hoffe, ihr hattet alle eine angenehme Fahrt. Bitte auf flixbus.irgendwas bewerten. Würde mich sehr freuen. Und, ja, dann war es das mit der Fahrt. Ich hoffe, euch hat die Fahrt gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch eure Meinung zu den ganzen Themen, die ich angesprochen hatte, in die Kommentare posten. Gerne auf dem Discord-Server beitreten. Und ich würde mich auch sehr über eine Kanalmitgliedschaft freuen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommi. Tschüss.